Hallo und Damen und Herren, ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Ja, seine Entscheidung ist gefallen und hierüber spreche ich über Jonas Hector. Denn er hat sich entschieden, die Karriere im Sommer an den Nagel zu hängen, seine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen und somit wird er kein weiteres Jahr für den 1. FC Köln mehr auflaufen. Ja, das ist natürlich eine Nachricht, die gerade nach dem Sieg gegen Hoffenheim schon ziemlich ernüchternd war, muss man ganz klar sagen. Auch ich war ja total glücklich, als der FC das Ding gewonnen hat. Und dann gucke ich einmal auf Instagram und sehe, ja, Jonas Hector hört übrigens auf. Und ich so, was? Ja, und somit ist es jetzt passiert. Jonas Hector, unsere Nummer 14, unser Kapitän, wird nächste Saison nicht mehr das 1. FC Köln-Trikot tragen und allgemein kein Trikot mehr tragen. Ich hoffe natürlich, dass er jetzt im Verein natürlich bleibt, dass er da irgendwo eine Funktion findet, weil so einen muss man einfach halten. Und warum muss man genau so einen einfach halten? Ich erzähle euch einfach mal kurz nochmal die Geschichte von Jonas Hector. Wie gesagt, er kam ja 2013 zum 1. FC Köln. Den kannte man ja eigentlich vorher überhaupt nicht. Und dann kam er, wie gesagt, 2013, als wir in der 2. Liga waren, zum 1. FC Köln. Und ja, 2014 sind wir dann mit ihm auch aufgestiegen. Hat allgemein ja auch unter Peter Stöger wirklich sehr, sehr gute Leistungen gebracht. Wurde ja dann auch ganz schnell unser Kapitän. Und ja, und hat sich ja dann sogar auch in die Nationalmannschaft gespielt, als linker Verteidiger. Und wäre da auch eigentlich die letzte WM gewesen. Aber da hat der Jonas Hector ja auch schon gesagt, nein, er hat da kein Interesse dran. Und ja, und da bleibt ja natürlich gerade auch beim DFB-Trikot natürlich auch eine Erinnerung ganz klar. Und zwar Viertelfinale gegen Italien bei der EM. Das Elfmetertor, sag ich mal, von Jonas Hector, wo er uns dann am Ende ins Halbfinale geschossen hat gegen Italien. Wie gesagt, das ist so definitiv die DFB-Geschichte. Und beim 1. FC Köln geht diese Geschichte aber noch deutlich weiter. Denn, und auch mit meiner Meinung nach, mehr Gänsehautmomenten. Und zwar, wie gesagt, klar, wir sind dann aufgestiegen. 2.14, das war auf jeden Fall einer der Gänsehautmomente. Dann haben wir uns auch in der Liga gut etablieren können. Und dann sind wir sogar 2016, 17 in den Europapokal eingezogen, in die Europa League. Und das war eigentlich so der Höhepunkt, meiner Meinung nach, wo Jonas Hector mit dabei war. Dann allerdings wurde es ganz, ganz bitter. Denn dann sind wir wirklich mit Ach und Krach auf die Schnauze gefallen und sind am Ende auch abgestiegen. Aber da ist eben kein Jonas Hector, wo wir eigentlich gesagt haben, der ist garantiert dann weg. Nein, er hat gesagt mit Timo Horn zusammen, er bleibt, er will den FC wieder dahin bringen, wo er eben hingehört. Und das ist eben in der 1. Liga. Also das, wenn ich das schon erzähle, kriege ich schon wieder Gänsehaut. Weil das einfach, wie gesagt, das macht kein, das macht nicht jeder Spieler. Und deswegen, das rechne ich Jonas Hector sehr, sehr hoch an, dass er da mit uns in die 2. Liga gegangen ist. Den FC somit auch wieder zum Erstligisten gemacht hat. Und dann ging es ja weiter. Dann haben wir, wie gesagt, Steffen Baumgart dabei gehabt. Dann haben wir eine sehr, sehr starke Saison gespielt, wo wir dann auch die Europa Conference League erreichen konnten. Und jetzt sind wir, wie gesagt, hier, wo wir auch im gesicherten Mittelfeld stehen. Wo wir heute 35 Punkte holen konnten und jetzt auf dem 11. Tabellenplatz stehen. Jetzt allerdings hat Jonas Hector, wie gesagt, in der Kabine dann nach dem Spiel gegen Hoffenheim gesagt gehabt, dass sein Weg beim 1. FC Köln oder allgemein sein fußballerischer Weg als Fußballer eben ab oder bis Sommer noch geht und dann eben nicht mehr. Wie gesagt, ich persönlich bin natürlich sehr traurig, weil ich mir gerade auch, weil Skiri sehr wahrscheinlich den ja verlassen wird, gewünscht hätte oder immer noch gewünscht habe und die Hoffnung auch hatte, dass er eben noch ein Jahr beim 1. FC Köln macht. Ich meine, er ist 32 Jahre, da kann man seine Karriere beenden, aber eigentlich, ja, wie gesagt, er ist ja noch nicht so alt und auch, wie gesagt, verletzungsmäßig ist er ja auch jetzt nicht so anfällig. Also von daher hätte ich mich echt gefreut, mega gefreut, wenn er noch ein Jahr gemacht hätte. Aber gut, es ist jetzt nicht so. Er hat sich so entschieden und das muss ich auch so respektieren und das müssen wir als FC-Familie eben respektieren. Aber ich glaube, ich spreche dafür alle, ich bin da extremst traurig drüber. Ist, glaube ich, ganz klar, über diese Entscheidung werde ich nicht der Einzige sein, der darüber sehr traurig ist. Auch Steffen Baumgart hat ja auch schon am Anfang der Saison gesagt, dass er versuchen wird, Hector nochmal zu überreden. Aber am Schein hat es leider nichts geholfen und somit müssen wir, wie gesagt, nächste Saison dann ohne unseren Kapitän Jonas Hector eben in die Bundesliga-Saison gehen. Das ist leider so und wie gesagt, ich bin echt extremst traurig. Ich glaube, das sind die meisten jetzt, die hier auch dieses Video sehen werden. Schreibt gerne mal eure Gefühlslage. Was habt ihr gefühlt, als ihr das erste Mal diese Nachricht gelesen habt? Oder vielleicht erfahrt ihr es auch erst durch dieses Video hier. Was habt ihr dann gespürt in euch? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich kann nur so viel sagen, ich habe erst mal zweimal gucken müssen und dann, erst habe ich gedacht, nee, das ist irgendwie so ein Gag oder ein Witz oder keine Ahnung. Aber es ist wirklich so, der FC hat es ja selber auch bestätigt gehabt und von daher war es eben so amtlich. Und deswegen mache ich jetzt auch hier dieses Video und bin, ich glaube, man hört es auch ein bisschen, bin ein bisschen betroffen. Weil ich einfach Jonas Hector als Mensch, als Fußballer und allgemein einfach sehr, 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 sehr gemocht habe. Und der FC wird auf jeden Fall da ein Riesenloch haben oder Jonas Hector wird da ein Riesenloch hinterlassen, definitiv. Und deswegen, ich wünsche ihm natürlich weiterhin alles Gute. Ich hoffe auch, dass er, wie gesagt, im Verein wenigstens bleibt, dass man ihn jetzt nicht komplett verliert, sondern dass er weiter auch beim FC irgendwie in irgendeiner Rangordnung oder irgendeiner Organisation irgendwo halt reinkommt, dass er da eben weitermachen kann. Aber er wird als Fußballer dem 1. FC Köln sehr, 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 sehr fehlen. Und deswegen möchte ich einfach nochmal hier, weil ich ja öfters mal so Stadionsprechermäßig was mache, möchte ich gerne auch nochmal hier zum Abschluss natürlich nochmal unseren Kapitän ansagen. Denn, wie gesagt, es wird, wie gesagt, jetzt die nächsten Spiele nur noch 1, 2, 3, 4 Mal sein oder 4 Mal in dem Fall sein. Und dann war es das eben. Deswegen, meine Damen und Herren, erhebt euch gerne nochmal von den Plätzen. Ich mache es selber auch. Und zwar, wir bedanken uns für eine grandiose Saison oder eine grandiose Karriere von unserer Nummer 14, unser Kapitän Jonas Hector. Euer Niklas und ciao.